Hallo Lieben, frohe Ostern! Ich nehme euch mit. Heute wieder vorne Rennbahn zum Osterfeuer. Wir haben herrlichstes Schneewetter. Letztes Jahr waren da noch Europaletten gestapelt. Diesmal haben sie irgendwelche Hecken zerkleinert. Also noch ist es leer, aber der Bass ist laut und mal gucken, wie sie das Feuer nachher versuchen anzuzünden. Da hinten ist die Feuerwehr. Du voll ist es noch nicht, ne? Bis dann! Spannende Musik 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 Musik